Ich kann ihn erkennen. Schauen Sie mal, hier haben wir einen wichtigen Gott. Kommt ihr drüber? Und aller Anfang ist schwer. Das hier ist original, aber es ist nicht einfach zu erkennen. Aber wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie zumindest im Zentrum vom Relief ein inneres Gesicht. Kann man das erkennen? Okay, speichern Sie nur das innere Gesicht. Gehen wir ein, zwei. Ich bin nicht bei gutem Nachhalt, das kann ich nicht machen.